Ich möchte noch bei alle Cannabis Interessierten herzlich begrüßen. Mein Name ist Peter Rausch. Ich bin seit 30 Jahren mit Cannabis beschäftigt. Ich habe die Wellbein erste Hanf-Kosmetik entwickelt und auch noch weitere Patente im Bereich Hanf. Das letzte war ein wasserlösliches Cannabinoide für die Medizin. Ich hoffe, dass das irgendwann einmal für die Patienten zur Verfügung steht. Mein Thema Cannabinoide in anderen Pflanzen. Und ich habe das erweitert auf Pflanzen und Organismen. Weil nämlich nicht nur Pflanzen Cannabinoide entwickeln, sondern auch andere Organismen. Unter anderem auch wir Menschen. Wir haben ja sogenannte Händen-Kanabinoide in unserem Körper. Das wird wirklich funktionieren. Wir könnten nicht leben ohne die körpereigenen Cannabinoide. Meine Frage ist, was sind Cannabinoide? Was verstehen Sie unter dem Begriff Cannabinoide? Können Sie mir das irgendwie sagen, was Sie da verstehen? Ja, also dass wir diese Rezeptoren eben haben, dass prinzipiell sogar jahrtausendealte Lebewesen diese Rezeptoren haben. Und das schon bei Uhrzeitstieren diese Rezeptoren auch gefunden worden, diese Handtagsstationen. Und über diese Handtagsstationen können diese Cannabinoide dann überhaupt anschließen. So nehmen wir dann die Cannabinoide überhaupt auf. Das heißt, sie beeinträchtigen überhaupt keine körpernichtigen Teile, wie zum Beispiel die Lunge oder das Gehirn selber eben. Weil sie eben da langtags über diese Handtagsstellen. Das gibt das Letzte. Da muss man vielleicht ein bisschen eine Frage stellen. Es gibt sehr viele Cannabinoide, wie alle hier. Weiß man zum Beispiel noch nicht genau. Gibt es noch eine andere Definition für Cannabinoide? Nein, erstmal nicht. An sich müssten Sie doch eigentlich nur Phenoliditerpene sagen, oder? Phenoliditerpene. Ja, ja. Laut Klassifikation. Irgendjemand, der Cannabinoide definieren möchte oder könnte. Was versteht Sie unter Cannabinoide? Nein. Meinen Sie mich? Bitte? Meinen Sie mich oder den Kollegen? Niergert jemand, wie er sich traut. Naja, die Cannabinoide gehören zu den entgegenen, psychoaktiven Substanzen, die der Mensch selber zeugt. Zum Beispiel, wie zum Beispiel Amaralkoholide. Oder, wie der Kollege sagte, es gibt ja für die Cannabinoide Stoffe und Rezeptoren in unserem Körper. Zum Beispiel ist das Gehirn ja vollgekackt mit Valiumtrinsen. Oder auch so wäre der einfach ein Schluck oder Essenaktion, totaler Angst- und Todesangstress. Also eine pharmakologische Definition, sozusagen. Eine pharmakologische Definition, wenn man Theogener Probe nennt. Das heißt, ich betrachte diese Substanzen auch als eines köttlichen Probe mir. Wenn ich sie selber synthetisiere, kann ich niemanden zu lassen machen lassen. Und bin ein ehemaliger Mensch. Und mache zu der Natur nichts Böses, sagen wir mal so. Auch meinen Mitmenschen sowieso nicht. Ja, wir könnten gar nicht leben. Ohne uns eigenen Cannabinoide. Ohne eigenen guten Träume, ja. Danke. Und auf die erfahren haben wir fällt. Also ich sehe schon, die Definition von Cannabinoiden wird eigentlich auch schon sehr unter Anführungszeichen modern gesehen. Es hat eine Definition gegeben, die auf Hanf-Cannabinoide abgestimmt war. Und deswegen gehe ich nämlich auch darauf ein. Früher war die Definition Cannabinoide an Inhaltsstoffe. Und da gibt es ja sehr viele, 60, 70 oder mehr, die man bis jetzt entdeckt hat an Cannabinoiden, ja. Die aber nicht alle auf die Cannabis-Rezeptoren wirken. In der Zwischenzeit weiß man, dass wir eigene, körpereigene Endocannabinoide, sogenannte Endocannabinoide haben, die auf den Cannabis-Rezeptoren wirken. Und derer gibt es viel, viel mehr in der Natur und auch auf synthetischer Basis. Und deswegen möchte ich darauf eingehen noch einmal auf die Cannabinoid-Definition. Und zwar Cannabinoide sind Substanzen, für meinen Begriff jetzt, die in meinem Vortrag jetzt, die an Cannabis-Rezeptoren anbinden, ja. Und da ist eine ganz wichtige Sache. Binden alleine genügt nicht, sondern was bewirken sie am Rezeptor? Da gibt es, einfach gesagt, zwei Möglichkeiten. Einmal, sie binden am Rezeptor und lösen eine Reaktion aus. Das sind die sogenannten Argonisten. Das ist ganz wichtig zu merken jetzt auch für den weiteren Vortrag. Und es gibt welche, die binden genauso an den Rezeptor an, bewirken aber nicht. Keine Wirkung, sondern blockieren nur den Rezeptor. So quasi, wie wenn man einen Schlüssel, wenn ein Türschloss steckt, ja. Einmal geht die Tür auf, aber es gibt auch Schlüssel, die gehen zwar rein, aber man kann nicht aufsperren. Das heißt, sie blockieren dann das Tor, die Tür, um reinzukommen, um eine Aktion, einen Effekt zu haben. Und das ist ganz wichtig. Also Rezeptor Agonist, die eine Wirkung beviert und Antagonist. In der Natur ist es allerdings noch viel, viel diffiziler. Also der Körper hat ja da wirklich alles ausgeschöpft. In der Natur, da gibt es reverse Agonisten, reverse Antagonisten und so weiter und so fort. Auch das wollen wir nicht eingehen. Das ist ein Spezialgebiet, ja. Da sehr viele Wirkungen auch von Cannabis in weiterer Folge erklärt wurde. Aber wichtig ist, Agonisten, der Agonist erzeugt eine Wirkung, der Antagonist blockiert den Rezeptor. Meistens ist es so, wenn dann ein Antagonist verabreicht wird, der blockiert dann unsere Rezeptoren im Körper, und die körpereigene Cannabinoide können dann nicht wirken. Das ist dann eine andere Reaktion. Also nicht das, was zum Beispiel der Cannabis gewiss eigentlich haben will, in der psychischen Wirkung ist, die dann nicht statt. Ja, eine Eindellung ist dann natürliche Cannabinoide. Da haben wir die sogenannten Endokannabinoide. Das sind unsere körpereigene Cannabinoide. Der Hauptvertreter ist das Anandavid. Ein Fettsäure am Wild. Relativ einfach aufgebaut, um für den Körper wieder leicht anzubauen. Das ist nämlich auch hier. Das ist wichtig für den Körper. Nicht, dass er Endokannabinoide erzeugt. Wir haben dann Stunden auch eine Cannabiswirkung, das vielleicht auch Cannabis gewisser haben möchte, aber in unserem Leben fatal wird. Die Cannabinoide, die Körper eignet, werden gebildet, sofort wieder abgebaut, wenn sie nicht mehr gebaut werden. Also wenn man im Magen jetzt das Signal kommt, gesättigt, dann wird die Wirkung der Cannabinoide sofort abgebaut, durch eigene Enzyme. Dann kann man wieder eingreifen, das sind die FAA-Hämmer. Also sehr komplizierte Sachen, eigentlich sehr interessante Sachen. Die Cannabinoidforschung hat ja sehr viel über unsere Körper, unsere Körperfunktionen aufgeklärt. Ja, also das sind unsere körpereigenen Cannabinoide, die alle, zumindest alle Säugetiere haben, wahrscheinlich auch niedere Tiere. Da wäre interessant, welche Tiere haben Cannabinoid-Rezeptoren und welche Tiere haben keine Cannabinoid-Rezeptoren. Also ich bin mir nicht sicher, ob Insekten auch Cannabinoid-Rezeptoren haben. Die Säugetiere haben sie ja. Jeder, der mal einen Hund gesehen hat, der einen Cannabispuchen gegessen hat, der weiß, dass sie bundesichere Cannabis-Rezeptoren haben. Aber wie es Berlin rentiert, bei Würmern, Schneckwitzwerke draußen, das weiß ich nicht, das glaube ich noch nicht erforscht wird. Das wäre ein eigenes Forschungsgebiet. Aber eigentlich nicht. Wieder? Aber eigentlich nicht. Möglich, ja. Wahrscheinlich nicht. Möglich, ja. Wäre interessant. Also lass einmal festzustellen, welche Pflanzen Cannabinoid-Rezeptoren haben. Frage? Man hat in Spinnen erforscht, praktisch die Wirkung von oben. Ja, ja. Heroin, Kokain, Koffein, LSD. Alles. Also da konnte man durchaus feststellen, dass die Spinne auf manchen Sachen entstanden hatte und auf manchen Sachen also Koffein zum Beispiel war genauso schlimm wie Kokain. Ja, total. Kaum nicht. Während die schönsten Netze sind bei LSD gebaut worden. Tatsächlich. Da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen mit Fotos der Netze. Und der Hanf hat die Spinne dann riesengroße Netze gewirkt, aber den gaben sich ganz stabil über. Ah, ja. Das ist wahrscheinlich die relaxende Wirkung. Ja, wie gesagt, natürliche Cannabinoide, unsere Cannabinoide können beieignen dann Pflanzen-Cannabinoide. Und da kann man wieder unterscheiden zwischen den klassischen Hanf-Cannabinoiden. Das war die ursprüngliche Definition. Cannabinoide sind Substanzen, die der Hanf erzeugt. Und Cannabinoide in anderen Pflanzen. Das wird jetzt Thema dieses Vorhangs sein speziell. Und auch Cannabinoide in anderen Organismen. Zum Beispiel Pinzen, die ja nicht zu den Pflanzen gehören. Definitiv. Und Bakterien. Und dann gibt es natürlich die große Gruppe der synthetischen Cannabinoide. Spice & Co sage ich jetzt mal. Mit Vitoren bis zu 8000 mal so stark wie die DHC selbst. Das ist ein eigenes Thema. Darüber habe ich schon mal nicht verlegt. Ja, gehen wir weiter. Eines der weit verbreitetsten Cannabinoide ist das sogenannte Beta-Caryophyllene. Die Formel sieht so aus. Es ist eine terpenartige Verbindung. Und die kommt in sehr vielen ätherischen Ölen vor. Die ist wasskampfflüchtig. Das heißt, wenn man jetzt eine Pflanze destilliert, die Cannabinoide drinnen hat, dann hat man das in ätherischen Ölphase drinnen. Und die Wirkung ist ein CB2-Rezeptor agonist. Es wirkt entzündungshemmend. Und ist in sehr vielen, vor allem, verschiedenen Gewürzen enthalten. Gewürze, Basilikum, Rosmarin, Zimt, Oregano, Küppel und Pfeffer. Und vielen, vielen anderen ätherischen Ölen auch im ätherischen Öl vom Harnfluss zum Hauptbestand. Also der Harnfluss nicht nur die klassischen Cannabinoide, sondern auch das Karyophyllene im ätherischen Öl noch findet. Also wird wahrscheinlich der ätherische Ölgehalt von Haschisch oder Marihuana auch ein bisschen einen Einfluss haben auf die Wirkungresten. Ja, also eine sehr weit verbreitete Substanz, die allerdings medizinisch noch nicht restlos erforscht ist. Aber CB2-Rezeptor aktivierend, also agonist, heißt entzündungshemmend. Und es gibt zum Beispiel auch hier eine Publikation, das ist von Juni 2008, Pizzagewürz-Oregamo hilft gegen Entzündungen. Also es haben schon Ärzte oder Naturheiler festgestellt, dass der Gehalt an Karyophyllen entzündungshemmend wird. Interessant ist auch, dass dieses Karyophyllen von Maispflanzen gebildet wird, und zwar als Schlagstoff für sogenannte Nematoden. Das sind räuberische, das gehören glaube ich nicht zu den Insekten, niedere Tiere, die den Maiswurzelbohrer praktisch pressen. Also die Maispflanze bildet das Karyophyllen und die Räuberansorten, die dann ihre Feinde sozusagen verrichten. Das ist ganz interessant. Ist das eine Möglichkeit, dass wir eine pedagogische Produktion nutzen? Auf jeden Fall, ja. Ganz klar. Glaube ich, wir sogar praktizieren. Es ist nur so, man hat festgestellt, dass diese genverinderten Maissorten nicht mehr das Karyophyllen produzieren. Und da braucht man jetzt wieder die ganzen Insekten, Silvia und so weiter, die den Maiswurzelbohrer eliminieren. Also man greift genetisch ein, verändert dann durch die Bildung von Karyophyllen die Anrupe der Räuber und die Fraßfände haben dann keine Grenzen und müssen dann chemisch bekämpft werden. Also da sieht man Gentechnik nicht unproblematisch, wie wir wissen. Ja, das nächste, ein interessantes Cannabinoid unter Anführungszeichen. Das sogenannte Perotetinée. Man hat festgestellt, dass in den neuseeländischen, dasmanischen und japanischen Lebermoosarten eine Substanz enthalten ist, die mehr oder weniger fast identisch ist zum THC. Man sieht hier die Formel. Der Unterschied ist nur dieser Phenylring am Ende dieser Kette, Kohlenstoffkette. Und das ist auch wissenschaftlich erforscht worden. Es ist sogar der Gehalt bestimmt worden, 0,55 oder 0,19% in diesen Lebermoosarten, in diesen Teilen. Und es gibt aber keine pharmakologischen Angaben für die Wirkung dieser Substanz. Was natürlich sehr interessant wäre, weil es sehr THC ähnlich ist. Das einzige, was ich gefunden habe, war in verschiedenen Internetformen. Es gibt Berichte darüber. Es haben sich Personen diese Leberhose besorgt und haben sich geraucht, haben aber keinerlei Effekt dabei feststellen können. Also dürfte dieser Phenylring durch die Wippungen ziemlich oder total eliminieren. Leider Gottes. Es ist zwar sehr ähnlich wie THC, fast identisch, aber hat keine Wirkung. So viel man bis jetzt weiß. Aber es ist interessant, dass solche Wirkungen auch in der Pharmoliteratur schwer zu finden sind. Also es ist nicht so einfach, aus welchem Grund man das macht vielleicht, damit man es nicht als Throne gebrauchen kann. Kommen wir zu einer anderen Pflanze. Und zwar das ist eine Leguminosenpflanze, eine Hülsenfruchtpflanze. Die hat ähnlich Macario-Multiflorum aus Südamerika aus dem Amazonas gebildet. Die hat ebenfalls, das ist die Formel jetzt ein bisschen gedreht da, wenn man es dreht, fast identisch mit THC. Ebenfalls diesen Phenylring und da fehlt eine Doppelbildung. Und hier ist einfach eine Doppelbildung zusätzlich. Wurde aber festgestellt bei diesen beiden Verbindungen, dass keine Wirkung vorhanden ist. Keine Rezeptorwirkung auf den Calabus-Rezeptoren. Allotix wird diese Pflanze im Amazonasgebiet verwendet, gegen Malaria. Also sie wirkt antimikrobisch und antibalgenparasitär. Wird vom Idiaren wegen dieser Wirkungen eingesetzt. Also interessant. Keine Calabuswirkung, aber dafür andere interessante Wirkungen. Malaria in den Gruppen sehr wichtig, wenn man da ein Mittel hat, ein natürliches. Überraschend, eine Pflanze, Flax, Lain kennt wahrscheinlich jeder. Die meisten unserer Leibchen dazu sind aus reinen Flax. Und man hat eben in den Fasern dieser Pflanze, die ja zur Fasergewinnung hauptsächlich weltweit angebaut wird. Und auch zur Leinölgewinnung, die für Viernisse, für Farben betrachtet und ändert wird. Aber Cannabinoide festgestellt. Nämlich dieses Cannabinoide CBD. CBD ist ja jetzt sehr eben, wenn Sie da der Messe herwandern, werden Sie eben wieder Anbieter für CBD finden. CBD ist eine Substanz, die keine direkte psychische Wirkung verursacht, sondern sie wirkt hauptsächlich auf den CB2-Rezeptor. Es ist ein Argument und wird wieder entzündungshemmend, antidepressiv. Soll jetzt als Arzneimittel angemeldet werden und ist sehr begehrt derzeit. Also sie wird jetzt auch verkauft als Tinktur und so weiter. Das ist noch ein Graubereich, also es ist als Medizin in der EU wie Österreich nicht anerkannt, ist noch nicht angemeldet worden. Und die ist auch enthalten in Flax und Lein und zwar in den Fasern drinnen. Ich sage jetzt einmal, wenn das jetzt nicht zu sehr chemisch verändert wird, das Gewebe und gebleicht und gefärbt, könnte man möglicherweise die natürliche Flaxleibung zur CBD-Gewinnung extrahieren. Und dieses CBD ist sehr leicht unwandelbar. Mit Küchenmethoden, die nicht so in der Allgemeinheit nicht bekannt sind, kann man das im DHC umwandeln, also praktisch in das wirksame DHC. Aber interessant, eine Pflanze, die mit dem Hand und der Verwendung sehr verwandt ist. Hand, Flax, Lein, beides Fasernpflanzen. Auch im Flax sind Cannabinoide drinnen, auch ein paar andere, über die Erdung man nicht zweifelt besetzt. Die Verwendung von Flax, Leinsamen vor allem, ist gegen chronische Verstopfung, Reizdarmsyndrom, Gastritis, Enteritis und äußerlich auch gegen brutale Entzündungen. Also es wird entzündungshemmend. Es ist schon ein Hinweis, dass irgendeine Substanz, die unsere CO2-Rezeptor vorhanden sein kann. Also, wenn es ums CBD geht, wäre, ich sage jetzt einmal, weniger verdächtig, Flax anzubauen. Weitere Pflanzen, die Cannabinoide enthalten, sind Rhododendron-Arten aus Südkindern. Rhododendron, das sind Heidekrautgewächse, die wir auch einige in den Alpen haben. Die enthalten zum Beispiel das Cannabicromen, die Cannabicromensäure, Cannabicyclone und Cannabicyclosäure, wie sie auch im Hang enthalten sind. Die Wirkung dieser Substanzen ist noch wenig erforscht, aber das Cannabicromen wirkt beruhigend, antibiotisch und wirkt interessanterweise gegen Antibiotika-resistente Bakterien und Keime. Das ist eine interessante Eigenschaft, weil man weiß, dass immer mehr Keime gegen die herkömmlichen Antibiotika resistent werden. Teilweise ist das auch sehr fatal, weil man ja Krankheiten hat, keine Antibiotika wirken mehr. Also da muss noch einiges erforscht werden, da auch im Gebiet. Jedenfalls in medizinischer Wirkung, in der traditionellen chinesischen Medizin, es wird das Expektorans bei chronischer Prochitis, also Schleimlösen, das Mittel bei chronischer Prochitis, vernehmend. Die weitere interessante Gruppe sind die Shane-Indigoarten, Amorphia, Frutitosa, Lana und Calescens. Das sind wieder Hüstenfrüchte. Die enthalten wieder Cannabinoide, genau wie sie im Hang vorkommen. Sie sind aus Nordamerika und enthalten Cannabigerol und das Amorphostilpol, das ist jetzt nur in diesen Pflanzen, aber das Cannabigerol selbst ist auch im Hang enthalten. Es ist ein CB1-Rezeptor Antibiotika, das heißt, es wirkt gegen die Wirkung im CB1-Rezeptor. Das heißt, wenn man Cannabigerol einnimmt, dann wirkt Parihuana oder BHC nicht mehr weiter vom Rezept. Dafür dürfte es gegen Hunger wirken. Es senkt den Augeninnendruck, den Bluntruck und den Augeninnendruck, was in der Augenmedizin interessant ist und wirkt wieder von Entzündungshemmeln. Also man sieht sehr viele Cannabinoiden wirken an Entzündungshemmeln. Ja, das Alp des Amorphostilobels besitzt hier der Bildungsabhängende zum CB2-Rezeptor, wieder ähnlich wie das CB2. Vielleicht werden Sie jetzt fragen, am Morgen kommt einmal etwas, was wirklich im DHC wird bei anderen Pflanzen. Vielleicht gibt es etwas. Schauen wir mal. Interessante ostafrikanische Strohbrunnen, Strohbrunnen, Heligrysum, kommen auch im Mittelwertepil vor, haben auch ätherischen Öl gehabt. In Südafrika werden die auch medizinisch verwendet, weil sie wundheilend und antimikotisch sind. Man hat sie genauer untersucht. Es ist wieder das Cannabinoidrol drin und die Cannabinoidrolsäure an Cannabinoiden. Ebenfalls, wie gesagt, Entzündungshemmeln. Das wird medizinisch schon seit langer Zeit in Südafrika verwendet. Jetzt eine ganz bekannte Pflanze, Echinacea. Man hat sehr lange nicht gewusst, wie ist das Wirkungsprinzip von Echinacea. Es ist in der Naturmedizin schon lange verwendet worden bei Erkältungen zur Stärkung des Immunsystems. Aber da wurde nicht gewusst, wie dieser Mechanismus vor sich geht, ist, dass man diese Cannabinoide hier entdeckt hat. Die sind sehr ähnlich aufgebaut wie das Anandamid. Man muss sich nur vorstellen, diese Kette ist da ungeboten. Also man geht auch da so weiter wie hier. Es ist auch ein Fettsäureamide. Die sind auch Argonisten am 2b2-Rezept. Sie stimulieren das Immunsystem und stärken dadurch die Körperabwehr an. Und da erklärt sich auch die Anwendung bei Erkältungen, Fieber und so weiter. Ganz ähnlich schaut es aus bei den Sonnenrauben. Das sind jedenfalls Korbblüter, auch aus den USA, wie die Echinacea gebürtig. Die haben auch ähnliche Fettsäureamide wie Echinacea. Und die sind zum Teil sogar, eines davon ist sogar ein CB1-Rezeptor-Hallonist, wie das THC. Also müsste ähnlich wirken wie Anandamid oder THC. Nur ist es noch nicht so genau untersucht, wie hoch da die Dosis ist und so weiter und in welchem Prozentsatz es in der Klasse vorkommt. Aber das wäre sehr untersuchungswürdig als Cannabis-Ersatz. Also die Wirkung ist am Cannabis-Rezeptor CB2, CB1-Rezeptor, diese Substanz, ebenfalls dann entzündungshemmend wie Echinacea, eigentlich die Wirkung wie Echinacea. Dann kommen wir zu den Zatoxynum bundianum. Das ist ein Gelbholzgewächs aus China und Puntran, also südliches China. Das enthält eine ganz interessante Substanz, auch wieder ein Fettsäureamid, ähnlich wie das Anandamid. Es wirkt allerdings auf den CB1-Rezeptor als Antagomist, also verhindert psychische Wirkungen. Wenn man es einsetzt würde, in der traditionellen chinesischen Medizin wird es zur Behandlung von Fieber und Asthma verwendet, also auch ein Hinweis auf entzündungshemmende Wirkungen. Also die tausende Jahre alte chinesische Medizin hat das schon lange erkannt, wie man diese Pflanze verwenden kann. Eine ganz interessante Pflanze ist die Macca. Jetzt sehr hinten wird auch über das Internet verkauft. Es ist sowas ähnliches wie ein Ginseng, wie ein super Ginseng. Man hat ganz interessante Wirkungen festgestellt. Also allgemeine positive Effekte auf die körperliche Leistungsfähigkeit. Speziell bei Stress, Überarbeitung, Burn-out und psychische Belastbarkeit und vor allem auch bei sexuellen Funktionsstörungen. Das ist es eigentlich ein natürliches Potenzmittel. Es wird jetzt sehr viel verwendet. Es wird über das Internet angeboten und auch in Apotheken. Und in interessanter Weise enthält es auch wieder solche Fettsäureamide, ähnlich wie das Anandamid ist. Und interessant dabei ist eine Verbindung, nämlich diese hier, die sind teilweise noch gar nicht benannt. Also die haben keinen trivialen Namen oder sowas, sondern nur wirklich eine komplizierte chemische Zeichnung. Und deshalb zum Beispiel, das ist ein CB1-Rezeptor-Argonist. Es wirkt auf dem CB1-Rezeptor ähnlich wie das THC. Also könnte gleiche psychische Wirkungen hervorrufen. Und wirkt auf der anderen Seite als FAA-Antagonist. Das FAA ist das Enzyk, das Cannabinoide deaktiviert. Das heißt, es macht zwei Finger auf einen Schlag. Es wirkt als Agonist am CB1-Rezeptor und verhindert gleichzeitig, dass Cannabinoide abgebaut werden. Also es müsste eigentlich eine intensive Wirkung haben, sage ich jetzt aber rein theoretisch. Es müsste, es wäre untersuchungswidrig. Ich habe nichts gefunden an pharmakologischen sonstigen Wirkungen in der Literatur. Also da ist noch sehr viel herausstehend und vielleicht einige Enthusiasten könnten sowas jetzt die Wissenschaft schon nicht machen und testen, wie die Wirkung der Wirkung ist. Es hat, wie gesagt, sehr positive Wirkung auf allgemeine Kräftigung des Körpers und auf die Potenz. Und ja, interessante Sache. Es stammt aus Südamerika und wird dort, wie gesagt, nicht nur als Heilmittel und Stärkungsmittel, sondern auch als Nahrungsmittel. Diese Knollen sind auf Stärkehälfte eingesetzt. Ja, da gibt es sogar Magnolie, die ganz interessante Inhaltsstoffe haben. Und zwar diese Magnolia Officinalis, die stammt ebenfalls aus China. Und die enthält mehrere Verbindungen, Magnolol und Tetrahydro-Magnolol. Da gibt es noch andere Magnolol-Derivate. Wir haben nur diese beiden da hier angeführt. Und die haben Wirkungen auf beide Rezeptoren ähnlich wie DHC. Nämlich, sie sind Argonisten auf beiden Rezeptoren. DHC ist ja auch Argonisten auf dem CB1-Rezeptor, auch auf dem CB2-Rezeptor. Und die haben eigentlich jetzt aus pharmakologischer Sicht, was man bis jetzt weiß, eine ziemlich identische Wirkung wie DHC auf die Rezeptoren. Die Stärke, wie stark es wirkt, wie viel in der Pflanze enthalten ist. Da gibt es noch keine Angaben dazu. Aber das wäre ebenfalls untersuchungswürdig. Die Verbindungen selbst sind eigentlich anders aufgebaut als DHC. Also es sind keine klassischen Angaben wie Noidstrukturen. Sondern relativ einfache Infenole. Dieses wäre Phenol und dieses ist ein Phenol. In einer kurzen Kette jeweils waren. Einmal umgesetzt und nicht eingesetzt. Also die wären interessant für medizinische und sonstige Tests. Weil es man noch nichts genaues tut. Also es ist noch wissenschaftlich sehr viel notwendig, um da aufzuklären. Und jetzt wird mit der Krebsvorschung gearbeitet. Sie haben schon mit der Krebsvorschung gearbeitet. Es sind bestimmte Wege für Krebsgeschehen. Sondern diese NF kann man sowieso geschehen unter dem Krebsrebsindustrie. Und es ist hoch und ich sage, dass man dann auch vielleicht eine Eigenschaft von Cannabis vielleicht auch dabei ist. Ja. Also von den Rezepterwirkungen her wäre das verpackt. Ja, es gibt auch Pilze, die Cannabinoide enthalten und da oben ein ganz bekannter Pilze ist der klassische Schimmagins, der bildet nicht nur die sogenannten Apatruxine, die auch giftig und selbst erregend sind, sondern auch Substanzen mit Cannabinoid-Wirkung. Dieser Inhaltsstoff ist ein CB1 und CB2-Rezeptor-Argonist, wie das DRC eben. Also vielleicht sollten die Probe von Hand auf Schimmel umsteigen. Es ist sicher einfacher zu züchten, nur die Isolation wird schwieriger sein. Das ist klar, aber es wäre sicher sehr billig. Normalerweise wird ja der Schimmel nicht geschätzt, wenn Rappenpflanzen im Reifestadium zum Schimmel beginnen, dass der Schimmel dann reduziert oder überhaupt RTL gewirkt. Aber wenn der Schimmel das in diese Substanz umwandeln würde, dann wäre das ein Ausgleich vielleicht. Ja, da gibt es dann noch mehrere solche, also Pilze, die Cannabinoid- oder Substanzen mit Cannabinoid-Wirkung erzeugen. Das wäre ein Meerespilz zum Beispiel, also der kommt im Salzwasser vor und der hat auch auf CB1 und 2 Rezeptor wirkend, allerdings als Antagonist, ja. Das ist wie der andere medizinische Einsatz dann. Es müsste untersucht werden und dann ein weiterer Pilz, der ist allerdings auch ein platzend pathogen, also der ruft Krankheitszustände hervor, aber der hat auch Inhaltsstoffe, die auf CB1 und CB2 Rezeptor ziemlich starke Affinität und Wirkung haben, nur ist die noch nicht genau geklärt, also dass das eine wissenschaftliche Arbeit notwendig ist. Ganz interessant auch die sogenannten Cyanobakterien, wie man die Vorbereitung des weiteren Lebens auf unserer Erde, die war maßgeblich beteiligt bei der Bildung unserer Sauerstoffatmosphäre. Ohne die hätte es keine höheren Lebewesen gegeben. Und da gibt es mehrere Antenemann. Die kannabinoide substanzstörteren, und zwar diese Feuerdang, der im mehr vor Ort kommt, man sieht das nicht auch. Der kann dieses Serenavide auch, und zwar diese Substanz hat eine ähnliche Affinität auf den CB1 Rezeptor, also den Rezeptor der psychischen Wirkungen hervorlogen, wie das THC selbst. Diese Substanz wieder hat eine Wirkung auf CB2 Rezeptor. Also mehrere Cannabinoid Rezeptoren wirkende Substanzen. Das heißt, roher müssten sich da natürlich ein Meerwasser-Aquarium dann anschaffen, um diese Dame da zu züchten, oder eben im Meer direkt. Also ich sehe da schon irgendwie die Drogenverhandlung mit Taucherausrüstung und abgerichteten C-Urten da unterwegs sein. Aber das ist interessant, die kommen natürlich in Masten vor im Meer, ja. Das müsste man dann extrahieren, aber für medizinische Zwecke wäre das sicher interessant, weil die eben diese Rezeptorwirkungen haben. Von diesen Tagen hier haben die Inhaltsstoffe wie der CB2 Rezeptor für die Drogen, die noch nicht genau erklärt sind. Das ist nur sehr viel wissenschaftliche Arbeit zu machen. Kostet natürlich alles Geld, aber wäre medizinisch sicher interessant. Ich habe jetzt da so eine Übersichtsliste über die Pflanzen. Cannabinoide in anderen Pflanzen, das ist ohne Pilze. Und ich habe das da eingeteilt und ich sage jetzt einmal, für die psychische Wirkung wäre diese Spalte, nämlich die Spalte des CB1 Rezeptors interessant. Und da sind einige Pflanzen wie das Sonnenauge oder Maka oder diese Magnolien, die CB1-Armisten enthalten, die noch genau untersucht werden müssen, ob da sich psychische Wirkungen erreichen lassen. Für medizinische Zwecke interessant. Alle anderen, die mit C sind noch nicht genau erforscht, welche Wirkung sie am Rezeptor sind. Aber die Antagonisten sind auch medizinisch interessant. Auf dem Rezeptor verschiedene Medikamente gegen überwesenden Hunger oder Psycho-Use und das weiter. Also sehr viel an wissenschaftlicher Arbeit zu machen. Und die Institute und die Universitäten werden aufgefordert, aktiv zu lernen. Kochen. 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 Ja. Das wäre es, wenn Sie fragen. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt Stand der heutigen Technik, soviel ich herausgefunden habe. Es gibt ständig neue Entwicklungen und Forschungen auf dem Gebiet. Ich weiß nicht, wo alles publiziert wird. Man will ja verhindern, dass Leute Cannabinoide konsumieren. Also die Wissenschaft ist da auch nicht so offen in allen Bereichen. Aber es kommen immer wieder neue Forschungen und Ergebnisse dazu. Und es tut sich einiges auf dem Gebiet. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.